Oh, damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RackFast! RackFast! Juni, weg! Oh nein, ich werde gedreht, ich werde gedreht! Hallo, Nico, direkt hinter dir! Ja, dahinter Eric, dahinter ich. Warte! Hallo, Rabi! Grüß, Liga! Nico, das wird jetzt auch nicht langweilige Folge. Du Erste, ich Letzte! Wow! Oh, Alter! Alter, Nico, was ziehst du denn hier ab? Uuuuuh, weg, danke! Aaaaaaah! Oh Gott, das sind ja Hubbel! Das sind ja Hubbel! Jaa! Ich hab Matthias! Ich fick jetzt Matthias hier von der Piste weg! Na, 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 na! Ne, lass den Arm! Oh nein, jetzt hab ich den einen! Ich fahre wie in den Kreis! Wow! Uuuuh! Yoshi! Nein! Ja, geil! Ich zieh vorbei! Nö! Oh, der geht vor! Doch nicht! Hey, Yoshi! Hey, Yoshi! Yoshi hat mich weggedrängt! Ich glaub's nicht! Na, darf, das ist doch mein Arsch hier! Warum bin ich jetzt schon wieder Zehnter? Hey, Erik! Hey, Erik! Oh, Mann, ey! Hi, Erik! Hallo, Bot! Ich krieg's... Ich krieg's aber auch nie hin, den ersten Katz zu halten! Niko, mach mal ein bisschen langsamer, dann können wir noch ein Good-Dodell haben! Ja! Ich bin 13! Ich komme, ja! Ja! Was? Ja! Das war's nie schief! Ja! Niinjaaaa! Als was? Als ob jop! Als ob jop! Naja, Sechster, immerhin! Auch gewieeeeee! Ooooooh, komm, vierzehnter, vierzehnter, vierzehnter! Ja! 11 ab! Ich hab auf dem letzten... Ich hab auf dem hundertstel... Oh, wer fliegt da hinter dir! Ich hab auf dem hundertstel Sekunden noch wenig rumgeziert! Ding, 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 ding! Genau! guck mal guck mal mein plass und der hinter mir hundertstel sekunden er ist noch an dem ziel jetzt gerade so wie er ist so krass gedrückt der war vor mir aber neu im einspiel warum habe ich so hässlichen seewagen du hältst weil den auswählen kannst und sich getan hat was ist das für eine strecke scheinbar eine sehr kleine und ich möchte unbedingt diese stadt die stadtstrecke der war vor die neue es gibt so eine stadtstrecke wie bei formel 1 so im sinker zu ich bin letzter ja aber das ist schwierig ich bin vor juli ja ich bin fünfzehnter ja warst du uns erster nico was ist falsch mit den leuten mann ja Ich hab Juli überrundet. Wie gesagt, ich bin erstmal rumgestanden und hab nichts gemacht außer Audio eingestellt. Da ist Niko! Ich bin schon längst raus. Da ist trotzdem Niko! Das ist die KI dem nicht hinten rein gefahren. Genau, ne Fill-Around. Jetzt geht's los. Wie das klingen muss, wir fangen einfach ne Runde an. Schön, dass du rein schätzt, Juli. Bitte? Schön, dass du voll in die Folge reingeschätzt hast, was ich jetzt auch getan hab. Aha. Viel Spaß bei dem Cutter. Ja, Juli, äh, Niko. Aha. Fremy, du hast ja ein ganz anderes Auto. Oh! Aua! Meine Position ist sowieso schon schief. Was ist der Admin für'n Arsch hier, ey? Hat der dich gestrikt oder was? Aber sowas von. Der hat mich von der Seite gerammt und an die Leitplanke und da festgehalten. Festgenagert hat er dich. Was hat das mit Andi zu tun? Admin! Er ist Admin, du Kecker raus. Nein, du hast gesagt, Andi, Andi, Leitplanke. Nee, Admin! Oh, Junge! Ach so, oh mein Gott. Das ist meine Welt, das war lustiger. Hallo Fremy, du auch. Fremy und ich hatten die selbe Idee. Was war? Nein, Fremy, das ist ne ganz schlechte Idee. Mit Vollgas gegen die Bande knattern. Hallo Erik. Hallo Fremy. Ich bin euch mal ausgerichtet, ne? Und testweise. Au, 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 bad man. Oh, Leon! Hallo! Wow! Ich frage auch noch, kann ich rückwärts fahren? Klatsch, ist mein Heck weg. Oh Mann, ey Leon. Das ist wie ein Meter kürzer, kann ich besser. Na gut, ich bin Meter kürzer, ich kann besser einparken. Immer positiv sehen. Ja, jetzt hast du so'n Smart. Genau. Ideale, ihr kommt, gib ihm. Warte, was ist jetzt? Aufraut, gib ihm. Ideal, die, die und so, ne? Die kommen. Ja. Absolut. So, ich würde gerne den Bot hier mal loswerden noch. So zum Beispiel. Warum kann er so viele Ars geben? Alter. Das ist die zweite Runde, ich habe genau 20 HP. Eine Kurgierung. Wie kommst du von 20 auf 1? Ich habe voll aus Seifen, weil ich gegen die Wande geknallt bin. Wow. Oh geil, die Haschischtasche hinter mir. Ja? Ja, der Bot heißt Haschischtasche. Ich weiß, ich sehe es ja gerade hochgucken. Das war's dann wohl schon mit der YouTube Monetarisierung. Hallo. Ja. Es sei denn, du piepst, ist alles raus. Auf diese 5 Cent können wir doch auch verzichten, oder? Nein, auf unsere 5 Cent. Ja. Also 5 Cent. 0,05 Cent. Ja. Ja. Bei 4 Klicks. Ich glaube, er macht eher so 3 Cent im Monat überhaupt. Er ist überhaupt monetarisiert. Oh. Das ist echt nicht langer. Ich weiß ja, tatsächlich. Dann abgebremst, bevor ich in die Kurve fahren bin. Damit mir die Folge aus dem Ding die Bande knapp war. Ich werde jetzt gleich schon überrundet vom Piepidu. Piep. Piepudu. Warum mal. Und der Highlight ist so. Ja, die Sequenzer rausgedreht. Oh, 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 oh. Das ist eine ganz schwache Runde. Ich werde jetzt gleich vom letzten noch überrundet, ey. Erstmal. Du wirst vom letzten überrundet, Alter. Ich hab... Ich bin der Letzte. Ich möchte jetzt wirklich bis 3 Runden mit einem HP geschafft, ja? Ja, 2 Runden. Wie mehr. Ich hab noch genau ein Drittel von meinen HP. Aus 3 und 3 esse ich. Genau. Komma, wie viel? 3 3 3 3 3 3 3 3 oder wie? Wird abgerundet. Naja, beenden werde ich nicht mehr. Aber halt. Oh, es könnte knapp werden. Oh. Nee. Oder? Nee, die Ziele geht dringend. Oh, es könnte knapp werden. Naja, ich schaff's. Ich schaff's nicht mehr. Gib du nie. Es sei denn, dass sie noch mutter. Jawoll. Los, Hashtag. Hashtag. Los, Hashtag. Boah, mit dem Bild auch noch. Der sieht aus so, als wenn der Hashtag in der Tasche hätt. Als wenn der Hashtag in der Tasche hätt. Ich fand's so gespät gedrückt. Nein. Hab ich nicht. Nein, wir müssen auf Platz 1. Ich hab jetzt gerade meinen Rackfest-Kanal geguckt. Nein. Das war eigentlich aus der Df. Waaah. Juli, das war jetzt aber ein ganz schön belastender Start. Nö. Ficker. Find schon, doch. Tschüss, Främie. Oh. Das ist die Runde. Tschüss, Främie. Natürlich perfekt für die Busse. Ui. Ne, das war viel zu weit. Ich war hier, könnte ich auch eine magische Schwierigkeiten ausfallen. Niko, bist du zufälligerweise 16, ne? Nein, er ist vierter. Wer fährt noch so ein Auto? Wer ist 16, ne? Ich wurde jetzt gerade von 90 auf 0 runtergeschlagen. Boah. Erster. Aber nimm mal lange. Tomate fertig. Fertigkeit. Nein, Juli. Er sagt's auch noch. So, ich war ganz kurz Erster. Maverick. Cheaterrecht. Maverick Elise. Was? Niko, wieviel da bist du? Nicht, dass ich dich dann gleich wegfick. Lipp da. Lipp da. Soll ich den Ersten wegficken? Ja, kannst du mal machen. Neee! Ohoho. Was war ich? Oh, 5 Främie. Yes, sorry. Das hat Främie. Danke, Juli. Ich wollte den Ersten erwischen, hab aber voll verkackt. Oh, hei Tomate. Tomate verpiss dich. Frechheit absolut. Matthias. Matthias. das war ein schöner shift in eine fresse aber ja aber sowas von als ob ich jetzt kein wagen mehr hat was passiert hier juli aus dem weg bitte ja wissen du ich bin der bus achte du bist der bus ich bin zweiter der bus könnt ihr mal für nämlich reinzufahren diese trägspots wegen den trägspots sterbe ich hier jetzt ist mir schon wieder vor mir macht irgendwas falsch juli aber hey der erste ist immer erster das ist schon mal das ist schon mal etwas der erste ist nicht mehr erster ich erst es ist nicht mehr als erster nicht mehr als er gut mit mir selbst der posten kommt von links jetzt bin ich wieder dritter mit 4 hp das mache ich das mal hier ist nicht in dir gespawnt Machst du jeweils auf den Seiten die Tür auf, ist das bessere Kurvenlage, oder wie? Ja. Mehr for life. Ey, Leo, ranz den Wagen übrig jetzt auch, wenn du tot bist, gell? Schlechte Ausgangsposition. Hallo Erik. Oh, ich fahre erst mal am Rand. Auf, fuck. Ich hab ein HP. Wow. Ernsthaft? Boah, ich bleibs nicht raus, dass die Babs alles losgefahren sind. Huuu, Juli! Ja, bitte. Warum? Wenn man auf Position 2 stattfindet und das Schwenkfestfenster nicht aktiv ist. Oder nicht im Vordergrund ist. Ja, und man einfach W drückt und man einfach irgendwo auf Discord W schreibt. Ja. Wenn man als Erster anfängt und Juli begegnet, ey. Wie? Als Uli. Aus dem Weg du. ERIK! Wow! Das sind wir auch nicht wechseln. Wir können aber da Ent peuté. Wir sind, wir haben zwei Busse. Das sind noch schlimmer. Ja, gut, der ÖPNV ist halt teuer. Ja. Nein. Alter. Was passiert hier? Chaos. Ach, das ist Tomate. Da kam Tomate mir entgegen. Alles gut. Was? Yoshi? Hi, Erik. Hi, Erik. Könnt ihr nicht mal Yoshi platt machen? Oh, danke, danke. So, sie nennt es nicht, Juli. Nein, ich hab heute eigentlich Niko. Tja, treffen muss man können. Na, Främi. Alter. Juli, kannst du mal bitte Yoshi hier aufhalten? Alter. Nein. Als ob, ich hab dich doch berührt. Nö. Na. Oh. Ich wurde gestreift. Ich wurde gestreift. Ich wurde gestriffen. Und hab jetzt kein Papier mehr. Du wirst gestreift? Niko, ey Främi. Ey Niko, als ob du jetzt zweiter bist, ich hab dich so oft weggebasht. Nö. Främi. Wie nö. Wie nö. Wie nö. Wie nö. Wie nö. Mindestens zweimal. Alter. Främi. Ich geh von Scheiß hier. Gut. Zweiter. Niko, ich war vorhin das Erste, ne? Äh, Zweiter meine ich. Jaja. Wir haben Plätze geteilt. Als ob du jetzt Zweiter bist. Doch. Klar. Ich kann halt. Das ist Cheaterein. Ich kann halt fahren. Das war nun mal wieder eine sehr spannende Runde. Wenn euch das gefallen hat, lass uns gerne wissen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao. Neue Tagzeug. Tschüss.